Fünf Wirte, fünf Konzepte. Das Magdeburger Gastro-Grenium teilt diese Woche gnadenlos aus. Das Keulenstück war leider gar nicht meins. Ich habe ganz viel Fett in meinem Mund. Hier fehlt mir einfach der Bums. So Luca, jetzt mal wieder einatmen, den Griff kriegen, es reicht. War eine charmante Variante. Charmante Variante? Verstehe ich nicht. Meine Tendenz für dich? Sechs Punkte. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Oh, das Ziel ist die Zehn. Der Wettkampf beginnt in Luca Stratoria. Es ist fein, 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 fein. Zu fein vielleicht? Ich hasse Köche, die es nicht hinkriegen zu wirzen. Also was ist denn da passiert?